Im heutigen Roblox-Video spielen wir zum allerersten Mal Murder Mystery 2. Ihr habt richtig gehört, zum allerersten Mal. Vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spiele ich zum allerersten Mal Murder Mystery. Leute, ich habe euch aufgenommen, wie im Moment es bei mir aussieht und dass ich zum allerersten Mal Murder Mystery gestartet habe. Wenn ich es nicht vergesse, zeige ich es euch jetzt gerade, dass ihr mir auch glaubt, dass ich es noch nie in meinem Leben gespielt habe. Ich bin mega gespannt. Was ich gespielt habe, ist Trader. Das ist quasi vom gleichen Studio wie Overlook Bay. Und das habe ich mega gerne gespielt und oh Gott, es geht los. Ich, oh Gott, ich bin innocent, okay. You can, your chance to be murderer 4%. Okay, wahrscheinlich, weil ich das zum allerersten Mal spiele, habe ich keine große Chance, Mörder zu werden. Was natürlich definitiv Sinn macht, weil ich ansonsten wahrscheinlich gleich tot bin. Das ist übrigens mein Roblox Skin. Ich habe keine Ahnung, ob ich meinen Skin ändern kann. Und ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt mega laut ist oder nicht. Vi-vi-victory? Äh, vi-victory? Warum haben wir denn jetzt gewonnen? Was? Geht es immer so einfach? Ähm, ich, ich habe es im... Victory Bone. Ich glaube, ich habe 67 XP. Was muss ich denn jetzt drücken? Nichts muss ich drücken. Okay, während wir auf die neue Map warten, muss ich hier mal gucken. Kann ich hier Sachen kaufen? Anscheinend nicht, weil ich jetzt schon wieder in so einer Map bin, Alter. Okay, Hilfe. Lass mich durch, bitte. Wie komme ich denn hier raus? Die Map ist cool. Oh, Gottes Willen. Lass mich. So viele Menschen. Nein, 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 nein. Sie rennt hinter mir her. Lass mich, bitte. Ich weiß, wie das funktioniert, wenn man immer hinter jemanden herrennt. Dann ist man danach immer tot. Oh, Gottes Willen. Also, ich habe auf jeden Fall so Coins jetzt gesammelt. Ich glaube, ich schätze mal, das ist gut. So, ich habe mal die Musik gemutet, dass wir den Spielsound quasi wieder hören. Denn ich bin mir immer nicht sicher, ob das Copyright ist. Und ich habe, ehrlich gesagt, sowieso lieber meine eigene Musik. Oh, Gott, lass mich. Okay, also hier ist es mega schön, Leute. Guckt mal, wir haben hier so einen richtig schönen Garten. Oh, jetzt wartet, wartet. Ich kann, kann ich mir. Oder hier ist, ach, hier ist Shop. Aber während einem Spiel auf Shop drücken, endet wahrscheinlich da drin, dass ich sterbe, oder? Vermutlich. Okay, also es ist, ich hätte gesagt, mega ähnlich zu Trader. Dass ich ehrlich gesagt mega gerne spiele. Oh, Gottes Willen. Ich bin, oh Gott. Was ist denn das? Da werden doch Leute rumgebracht. Wie weg? Oh. Das war mega laut. Aber ich glaube, sie hat ihn weggereckt. Ja, guck mal, da liegt sie. Entschuldigung. Murderer ist tot und ich bekomme, oh, diesmal 500 XP, Alter. Ich bin Level 1. Wann werde ich denn Level 2? Also wie lange dauert denn das? Aber Leute, wir können shoppen. Oder können wir? Oh, New Godly Egg Blade. Das kostet 1700 Robux? Und ihr sagt immer, Adopt Me ist teuer. Okay, 2500, aber das möchte ich alles nicht. Jetzt warte mal, Weapons. Ah, hier kann ich ein Weapons Crate kaufen. Sind das Robux hier? 100 Robux für ein Weapon Crate? Oh Gott, nein, jetzt geht es schon wieder weiter. Bitte, ich wollte doch noch gucken. Okay, ich kann quasi shoppen und spielen. Das ist nice. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Also wenn ihr überhaupt wollt, dass ich das Spiel weiterspiele. Adopt Me kommt immer noch genauso oft, Leute. Kein Stress. Aber, ja, wenn ich mal kein Adopt Me spiele, dann spiele ich auch andere Spiele. Und bis jetzt macht es mir Spaß. Aber wahrscheinlich auch, weil ich halt noch nicht weggereckt wurde. Ich will ein Pet. Come and Egg. Kann ich das hatchen? Ich bin maximal lost. Ihr müsst mir ein bisschen helfen in den Kommentaren, okay? Schreibt mir mal Tipps und Tricks für Murder Mystery 2 in die Kommentare. Wie kann ich denn den Shop schließen? Also bei uns läuft, hätte ich gesagt. Wir haben bis jetzt jede Runde gewonnen. Das Ding ist, ich bin aber immer noch Level 1. Wie viel muss ich denn spielen, bis ich Level 2 werde? Bin ich... Ach, guck mal, hier steht es ja. Okay, wir müssen noch ein bisschen spielen, bis wir Level 2 werden. Aber wir haben zumindest 150 XP bekommen. Jetzt hätte ich es mal nicht rausgekriegt. Ach so, und hier votet man für die neue Map. Ja, da war ich halt zu spät dran, ne? Ich bin Sheriff. Oh Gott, bitte nicht. Wie kann ich denn schießen? Jetzt wartet bitte. Emotes? Nee. Okay, Leute, wartet bitte kurz. Ich muss erst... Wie kann ich denn schießen? Eins? Okay. Und wie schieße ich dann? Okay, ich muss... Oh Gott, das ist ja aber kompliziert. Ich muss... Kann ich mir das nicht irgendwo anders hinlegen? Das klingt irgendwie kompliziert. Ich... Also, als Sheriff bin ich absolut Müll. Das kann ich euch gleich sagen. Ich weiß nicht, wie man schießt. Oh Gott, das Film, bitte bring mich nicht um. Lasst mich bitte alle. Jetzt... Jetzt klauen die mir meine Coins. Okay, wir müssen den Mörderer suchen. Bist du der Mörderer? Bitte? Bist du der Mörderer? Nee, sonst hätte er den ja umgebracht, oder? Okay, das Problem ist, ich kenne halt diese... Oh Gott, bist du der Mörderer? Bitte nicht, bitte bring mich nicht um. Lass mich bitte. Okay, wir hatten einfach beide Angst. Oh Gott, das will nur... Ich glaube nicht, dass ich das hier... Hier ist die Toilette, Alter. Kann ich hier auf Toilette? Nee, okay. Vielleicht... Oh Gott, ich... Ja! Ja, gut. Ich bin vielleicht gestorben. Ach, Mann. Hat der mich auch noch... Ich bin so erschrocken. Okay, ich habe euch gesagt, ich bin nicht gut. Aber kann man das vielleicht... Also... Aber ich... Ich muss... Muss ich immer eins... Und man kann das hier nicht mal üben. Das ist... Ach Gott. Und ach Gott, guckt mal. Wir sind hier alle schon tot gewesen. Ach nein, was ist das denn? Elite Pet? Was für ein Pet? Was kriegt man denn da für ein... Was kostet das? Wahrscheinlich Robux. 500 Robux. Schreibt mir mal in die Kommentare. Braucht man das bitte? Schreibt mir mal in die Kommentare. Jetzt braucht man das. Also das ist das... Das ist das... Ähm... Knife, das man bekommt. Das Messer. Aber was bekommt man denn für ein Pet? Ich hätte gerne das Pet gesehen. Weil... Ihr wisst Bescheid. Das Pet ist das Einzige, was mich interessiert. Okay. Können wir uns jetzt eigentlich schon etwas... Ach so, jetzt geht es wieder weiter. Victory. Victory. Wer hat gewonnen? Wir. Murderer has won. Ja, toll. Weil ich halt Müll war als Sheriff. Okay, vielleicht bin ich schon wieder im Shop. Und ich habe jetzt 41 Coins. Und brauchen tue ich 1000. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Was sollen wir uns holen mit den ersten 1000 Coins, die wir vielleicht irgendwann in unserem Leben verdienen? Es ist wahrscheinlich leichter, das Zeug mit Robux zu kaufen. Denn 1000 Coins ist wahrscheinlich... Was bin ich denn eigentlich jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Steht es irgendwo? Wo steht... Was bin ich denn? Hallo? Ich bin... Oh Gott. Geht bitte weg jetzt. Ich möchte nicht schon wieder sterben. Nein. Lasst mich. No Knives or Guns. Okay. Okay. Hier ist ein Triss... Oh Gottes Willen. Richtig blöde Idee. Ähm. Ich glaube, ich bin innocent, oder? Ich... Ja, ich kann hier... Ich kann nichts drücken, wenn ich eins habe. Okay. Sehr gut. Aber wo steht denn das? Dass ich innocent bin? Ich bin... Bin vielleicht lost. Tut mir leid. Bin ein bisschen überfordert. Wie... Wo ist denn hier raus? Ich bin gefangen. In diesem Büro. Hier. Hi, Madam. Victory. Ja, bei uns läuft richtig, oder? Ich hätte gesagt, bei uns läuft richtig. Okay. 270 XP und ich bin immer noch Level 1. Und ich bin die Einzige, die Level 1 ist. Es hat wahrscheinlich auch noch niemand auf dieser Welt noch nie Murder Mystery gespielt. Mystery Murder ist auch gut. Ähm. Aber ja gut. Es muss halt immer irgendwann das erste Mal sein, ne? Und ich möchte immer noch gerne wissen, wie dieses Pad hier aussieht. Aber vermutlich kann man es einfach googeln. Also Schätzung. Oh, jetzt warte ich. Ich habe schon wieder vergessen. Aber ich kenne halt auch keine Map. Woher soll ich das wissen, welche Map ich nehmen soll? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ein paar Sekunden später. Wir sind wieder innocent. Okay. Your chance to be murderer is 22%. Fräulein. Oh, Gottes Willen. Also ich bin maximal lost. Ich weiß ja nicht mehr, wie man schießt. Vermutlich muss ich mit 1. Weil ich spiele jetzt gerade am PC. Normalerweise spiele ich ja immer nur am iPad. Aber wenn ich aufnehme, spiele ich natürlich am PC. Und vermutlich. Hey, jetzt nimmt mir meine ganzen Coins weg, Fräulein. Kann man hier durch. Hier kann man durch. Wir rennen jetzt einfach ihr hinterher. Weil sie hat auch gerade als Mörderer gewonnen. Jetzt warte doch, Freundin. Hallo. Jetzt ist sie mir entkommen. Oh Gott. Hier wird die ganze Zeit geschossen. Oh nein. Oh, ich hab's kommen sehen. Aber ich wollte halt noch rennen. Aber es war halt zu spät. Schade. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit meinen ersten Runden. Murder Mystery 2. Schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr mehr Folgen von Murder Mystery sehen. Ich hatte mega krass viel Spaß. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was muss man sich hier kaufen? Und was rentiert sich? Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Dann vergesse ich den Like, den Kommentar und das kostenlose Abo. Und dann habe ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Schiavus. Tschüss. Bitte. Tschüss.